Freunde und willkommen zu einer neuen Runde LoL und was, oh was sind das da? Ich würde sagen, das ist ein neuer Champion, ja. Auf dem ich jetzt richtig die Plays im Jungle raushauen werde, mit dem Tom. Ja, der, okay, der Tom ist nicht mit dem Jungle, das wäre seltsam, aber der ist auf der Top-Lane. Mit dem Rengar. Ja. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ich glaube, die Kuh macht so ziemlich krassen Damage im Jungle, deswegen kriege ich die, glaube ich, mal als erstes. Und die Weh macht auch ziemlich krassen Damage und die E auch. Ja, ja, die Weh macht so richtig Schaden, die tut sich nämlich nur in den Grundbuddeln. Das macht nicht so viel Schaden, glaube ich. Ja, warum? Oh, danke sehr. Das war wirklich der Pull-Off-Doo. Äh, klar. Ich verpasst natürlich dadurch auch ein Creep. Ah, natürlich, das wäre echt leifelig. Ich habe gehört, die Lebensrecke, die alle so übelst krass von dem sein. Wenn man unterirdisch ist, Leute. Was war nicht vor? Ja, what the fuck, das rekt ein übelst krass viel. Unterirdisch, was? Da kann ich einblicken. Ja. Ja, op. Ja. Das war halt ein bisschen drin. Egal. Also, wenn du den irgendwann mal spielen wirst, keine Ahnung. Ich glaube, dass du erst mal so überhaupt nichts, überhaupt nicht klarkommst, weil du überhaupt nichts von dem weißt, ne? Jo. Das ist schon witzig. Mega. Alter, ich bin das auch. Ich weiß auch nichts von... Von Rengar. Ja, das war alles von Rengar, aber ich sterb wieder. Ich habe eigentlich das Mike, der vergaßt. Alter, ich bin gerade fast verreckt. Ganz knapp. Hey, Leon, man. Man macht ja auch nicht die... Mach doch den Rack, der wird direkt. Keine Ahnung, kann schon sein. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Kannst du mal sehen. Ich halte mich nicht an die neue Janger-Regeln. Das finde ich einfach absurd. Also, das habe ich ein großes Gefühl nicht gekriegt. Wenn ihr den neuen Janger, wer noch nicht kennt, der kann es ja zu einbuddeln, dann hat man halt nur so ganz wenig Sichtweite. Aber hört man halt, ihr seht ja diesen Kreis. Und dann man sieht halt die Fußstab von den gegnerischen Champions oder von Monstern. Das ist schon ziemlich stark, glaube ich, ja. Richtig stark. Und die E ist halt, wenn man nicht im Boden ist, so einfach so ein Damage. So ein On-Target-Damage, aber so auf alle Personen. So ein Flächenanschluss-Schaden reinhandler. Ich habe schon gehört. Ich sehe es gerade. Ich glaube, whatever. Genau, wenn man unterirdisch ist, kann man mit der W Was? Waden? Ach genau, wenn man unterirdisch ist, kann man damit so eine riesige coolen Brünne machen. Ja. Oh, das coole ist im Brünnel. Das will ich euch vielleicht zeigen. Gleich, gleich. Moment noch. Da kann man nämlich wieder durchgehen. Genau. Und der geht danach nämlich nicht kaputt, sondern der hält irgendwie 10 Minuten oder so in so einem Tunnel. Außer Gegner machen den Fall kaputt, die müssen sich ja auf eins der Enten stellen. Das heißt, man kann auch unendlich von denen aufstellen. Das heißt, es ist ziemlich, dann kann man ziemlich krass die Plays halt createn. Hallo. Was? Okay, wir nehmen gerade auch. Oh, ich habe das erste Blatt für den hat mich ja fort. Ich komme direkt side place. Oh, ich hätte ihn noch umbringen können. Ich habe so keine Ahnung, was die Fähigkeiten machen. Alter, was hat ein Darius eh für eine Range, Alter? Seit wann ist die so hoch? Krass. War doch vorher nie so hoch, oder? Oh, nicht gerade dumm? Ich bin übelst OP und kein Farm. Ich werde übelst Allzone von dem Darius. Soll ich reden? Egal. Oh, und stopp's noch? Oh, und stopp's noch. Oh, und stopp's noch. Knapp, du bist weg jetzt so geil. Oh. Alter, ich werde so, oh, so und leer. Du musst auf jeden Fall kommen. Ich habe keine Chance gegen Darius, Alter. Hat sich immer geflischt. Und eine Kugel machen. Also habe ich herangezogen. Wir bist ein Duton. Renga, ich habe auch geflischt, aber es... Kennst du diesen Lollback? Kauft sich aufrechst. Was? Er hat schon Ulti, was? Er hat schon Ulti, was? Ich bin Level 4 und er ist Level 6, ja, ist klar. Achso, ne. Ich habe mich gerade erst mal wegzelt mit einem anderen Einen. Oh no, das habe ich nicht gesehen. Oder ist Kordle, er hat, oder beziehungsweise er hat Kordle abgekommen. Schon gesehen. Er hat ja übelst krass den Burst, er übelst überfordert im Moment noch. Wie kann man diese Rakete feuern eigentlich? Kann man endlich lang unter Wasser bleiben? Ja, unterirdisch in dein Q. Was? Achso, die Q. Unterirdisch in dein Q. Aber bei Monster tut man doch die so hochhauen, oder? Achso, ja, dann musst du drunter, unter die gehen. Nein, aber dann kann ich keine Rakete schießen, wenn ich unter denen bin, oder was? Ja, weil du die angreifst. Achso. Und dann gehst du sofort hoch. Die Rakete hat die übste Range. Ja, ich weiß. Ich weiß zumindest nicht, welcher Kastik hier ist. Stimmt, so funktioniert auch direkt. Achso, nein. Aber die slowt nicht oder so, sondern die gibt glaube ich... Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man die überhaupt nutzt. Warum macht halt Damage? Naja, der Damage ist nicht so... Nicht so, sagst du? Nee, nicht so. Ich traurig. Nimm ich gar nicht. Also ein bisschen recken mit dem bisschen... Oder dieser Reck ist so, dass die einfach absoluten Damage spielst. Krass. So, Tom, ich komme jetzt mal auf deine Top-Lane. Ja, ja, wir können ihn überspaten. Ich solo-Lane, also... Ich komme über den Tile-Busch von hinten so. Ja, ja. Oh, hier ist ein Gegner. Crap. Kranker Scheiß. Komm locker weg, warte. Es gibt Programme, wenn du die D installierst... Dann sind die weg. Hab ich gehört. Dann kannst... Dann sind die D... Dann sind die weg, ja klar. Ähm... Oh nein! Was? Warum hat das so eine grünge Range? Lass den Sharko erst weggehen, dann können wir den noch machen. Und dann kriegst du... Dann kriegst du so ein Sonderangebot, damit du die Vollversion kaufst. Also, das ist immer... ... bevor du die Vollversion kaufst, immer schon der Lerni. What the fuck? Ich habe die Schaden noch drin. Mary, out of you. Ja, ich auch. Da wird das nicht mitgerechnet. Es tut mir also leid. Hm. Das war es natürlich nicht so gut. Egal. Egal. Mir fällt gerade auf, ich habe den Poo-Buff gemacht, obwohl ich den gar nicht brauche. Den zweiten, indem ich den Rex, äh dem... Wie heißt das Vieh? Dem Laser-Typen mit dem Welkos gegeben. Hey, ey, ey. Oh, ich habe den Karten übrigens geduket. Nee, er war einfach schlecht. Ich habe einfach irgendwie durch die Lasten gehauen. Oh, na gut, nicht. Na gut, ist es. Hier übrigens, Philipp möchte unbedingt mit uns was aufnehmen. Scheiße. Dafür sagen wir, hat Zeit lang. Aber irgendwie... ...spielen wir immer nicht, wie Philipp spielt und wenn Philipp... ...oder, äh, andersrum spielt. Philipp, bist du in deinem ehemaliger Klassenkamera aus. Ey, was ist das da, Leon? Tunnel, ne? Losgehen. Oder nur ich. Ey, haben die... Haben die eine maximale Range? Ne, die haben eine feste Range. Eine feste, okay. Hm, ne kann doch veräußert werden, so wie Q von Riven und so. Nehmt du einfach über... Oh Gott, es war so fail. Es war einfach so fail. War so... Ah, warum? War so energy. Das heißt, ich habe schon dreiviertel Leben verloren. Wegen energy. Ja, natürlich traurig. Ich muss auf jeden Fall mal einfach diesen Kacktunneln ausstellen. Ich denke da ja immer nicht dran. Weil, von der Ulti von dem Typen ist, du kannst... Einfach... ...dienst... Also nicht inst in, aber du kannst nach irgendwie zwei Sekunden hier channel time einfach... Lion, Leon, Alter! Du Boop! Was soll denn das? Ja, was? Ja, warum, warum? Du pbortest dich einfach wegwerd, dass ich hier umgebracht werde. Das schluss ist auch noch. Ja, ja. Da, ja. Ja, ich hab mich gestorben. Wie konntest du das fehlen, das hochhauen, Alter? Der hat sich gepflegt. Wie soll ich denn das fehlen? Natürlich kann ich das fehlen, wenn der sich pflegt. Echt? Ich dachte, das sah bei mir so aus, als hätte es das schon vorher gemacht. Egal. Egal. Ey, kack Darius-Blutung oder was? Warum nicht? Ist noch gestorben. Sehr eklig. Ignite. Darius ist doch übelst kacke, Alter. Der hat kein Ignite. Aber das ist irgendwie voll kacke gegen Rengar. Ich kann ihn auch nicht spielen, aber er war auch so kacke gegen Rengar. Na, halt. Eigentlich jeder Bruiser hat so ein bisschen verkackt gegen Darius. Der Argus ist halt scheiße. Hat der eigentlich was gemacht? Nein. Nein. Wirklich nicht. Nein. Oh, ich bin tot. Dein Turret wurde zerstört. Alter, es ist nichts da. Warum? Ich hacke nämlich gerade ein Blue. Das ist doch schön. Oh, das war der Edgar? Was? Ich sterbe schon auf einen. Aber ich bin auch gestorben, weil der Heimatding aus dem Busch kam. Ich hab mir das doch geholt. Jetzt töte ihn doch. Du hast doch Auto-Attacks-Klappen. Ich dachte schon. Killing Spree? Hätte es auch an Killing Spree. Was hast du? Ja, der ist weggerannt, obwohl der einfach nur drei Autodesk machen hätte müssen. Hätte machen müssen. Ja, hätte machen müssen. Hätte machen müssen. Hätte machen müssen. Hätte machen müssen, hätte machen. Genau. Mitte machen müssen mit machen müssen. Mh. Essen. Es Ehrenskurt. Gента erklärt. erkennt es noch nicht erkennt ein weiterverhalten er wirklich erkennt aber mein talent nicht mehr ob es der leute schluss pro das respektvoll sieht er nicht weil er mich nicht erkennt dieses scheiß teil nein bei dem kühlball getragen lol wer konnte den drachen mit dem laser gemacht da fuhr was zum teufel ich hab gott vier tors kassiert lol die mit den übelst kacke stehen er hatte keine sicht auf den drachen und er hat einen laser gemacht hat ihn gekriegt was mir op ich hab schon wieder einmal nicht aufgefasst mir einfach die vorgegebenen verzauerung auf meinen jungler item gekauft also keine ahnung was man auf dem bildet Ich will einfach mal kriegen. Das ging gut. Wenn ich einfach nur zwei Tunnel auf der Map habe, das ist so schlecht. Ey, man kann mehrere platzieren. Man kann so viele platzieren, wie man will. Das ist wie Timo-Pilz. Kann man die zerstören oder was? Ja. Das wäre dann doch ein bisschen zu okay. Das ist nicht cooler neuer Champion. Ach was. Ich konnte mal scharnecken. Ja. Oh ja. Ich habe Angst, ich weiß nicht wo Schocko ist. Oh. Oh. Da hat Schocko. Scheiße. Oh. Oh. Ich habe hier ein bisschen geschlüsselt auf dem Champ. Oh. Ja Ach, sagt er, die Pläser kommen noch So macht die Jukes Jukes Die haben schon wieder... Das hab ich schon wieder überhaupt keinen tun oder auf dem Fall, ey Was sind das die Dame kaputt machen, ey Ich hab mir das Farmer-Jungle-Item gekauft und Farben nicht mehr, ey Da fehlt richtig gut Alter, ey, es ist echt... Ah, Mann, das ist so unfair Aaaaaaah Ah, es ist unfair, aber es ist einfach kacke, Alter Ich bin so gefangen da hinten Da kommt einfach der Heimatdinger, weil... Weil die wahrscheinlich Teammates sind Ne, aber die sind ja Teammates Versuch gegenseitig im fegnerischen Team Äh, Team-Speak oder was auch immer, mein ich Huch, das kann aus der Base ohne Full-Life zu sein GG Ich bin sogar noch mit Blonk Die hat einfach mal hundertfünftige Sekunden Kilo Hier, wir sind zu dritt und schafft eine Ezreal, das ist gut Hätte ich jetzt aber auch meinen Glaube an die Menschheit verloren Echt? Aber jetzt kommt der Tetarius Genau Alter, dann kommt der Tetarius an Er war mega fett Na gut, 20 kills Ich hab einen aus Verhauen, also... Ehhhhhhhhh Ja, ich hab gedacht, ich hab so eine solche Gepiste denn Das ist richtig hart Ich hab eine Runde zum Hülfen und die aus Rennen zu liegen. Verwechsel dich grad mit Velcro, sind die irgendwie verwandt eigentlich? Ja, ich glaube, ich habe einen Runde zu holen. Das ist eine Frau. Eine Frau? Ja. Wenn ich mich nicht verhörte, war das glaube ich eine Frau. Buche. Buche. Habe ich mein Wort benutzt? Okay, der hatte einen. Ah, dieser Darius geht mir auf den Sack. Dir auch? Ja. Nein, der läuft nur aus der Range raus, oder? Warte wieder. Ja. Der ist auf dem Boden entgegen. Oh Gott, der ist auf dem Boden entgegen. Oh Gott, das sind drei Leute? Ja. Ich bin so Squizzy. Uji, Quoji. Genau. Du bist ein Squizzy. Nice Squizzy. Bin ich. Ich bin so Squizzy. Uji, Quoji. Genau. Du bist ein Squizzy. Nice Squizzy. Ey, Schmidt. Oh, der macht einen blüder Darius. Alter. Das ist auch Reibchen. Ich krieg dir aber die S-Ult ab, was? Ja, ja. Alter, hier machen wir mal meinen Tunnel kaputt. Einmal Ult in dem Spiel. Ach, wer ist? Ach, wer ist? Hallo, Split. Komm mal zu dir, Tom. Können wir die Plays raus bashen. Richtig stark. Oh, hier sind Gegner. Ja. Ach, echt? Ja. Einfach gut, Leon. Aber ich stehe den jetzt voll. Das ist super gut. Nur Double ist. Ich komme ja schon. Kannst du auch unter die Wand durch? Ja, ja. Wie denn? Nein, war nicht im Tunnel. Ja, das macht doch mal ein bisschen Schaden. Nein! Alter, da wollte ich noch voll über die Wand flaschen, oder? Ich gebe ja zu, der Schaden war jetzt nicht so groß, ne? Vom Buschen. Vom Buschen? Ja, der Lusche. Ja, das ist echt die Lusche der Luschen. Er hat auch nur zwei Ends. Ich habe mal ne KDU. Meiner Schaden wäre wahrscheinlich ne Pull. GG. War der schlecht? Woher da wahrscheinlich... War wahrscheinlich gerade Brenavk. Schako hält ja auch nicht so viel aus. Ah. Luli, wenn du immer... Ich habe aber gehofft, dass nicht der nur der Klon war. Wenn du ihn eiskalt erwischt, dann ist er ganz schön. Vielleicht hätte er seinen Coup machen können, weißt du? Ja, aber wenn er das gerade irgendwie auf Coulon hat, dann vielleicht... Ja. Ich hätte einen Break mal machen. Das sind gerade zwei von den Dead. Das ist ein guter Grund, Break zu machen. Wieso der Jungle ist dead? Oder wir machen mal die... 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 die Schuldkröte. Was für den ABC ist der CD... Mach schön die Schwere, ja? Oh, ist es top! Ich bin die bis down. Da fahrt man schon wieder weg, na super. Da war ja unklar. Kade. Heimerdinger, no. Yeah, Ulti Level 2. Ach man, ey, es ist unfair. Jetzt gehen die alle auf mich drauf. Ey, ich hab unfair ganz schön oft benutzt. Ey, vier Leute, weißt du, der Darius tränkt mich von da ab, die anderen auch. Warum ist die Leblung? Da ihren B hat es echt unfair. Der Skill ist einfach viel zu oberpowered. Das B meine ich. Aber Skill sei egal. Ich gehe mal den Darius aufhalten. So, da reicht. Ich werde dich wegfressen. Hehehe, Klamer, komm. Du wirst mich einfach mehr sagen. Heißt der eigentlich wirklich Karma? Der heißt, hä, wer heißt Karma? Die heißt wirklich Karma. Ein lustiger Name. Wer heißt Karma? Karma, oder? Na, der Champion. Ja, der ist schon immer Karma. Ja, ich weiß, aber... Lustiger Name. Was ist das? Nein, ich hab's wieder vergessen. Ja, ich hab's ja... Also, ich finde, der Name ist cool, meinst du? Ja, finde ich auch. Der kommt bestimmt von Karma. Ja, wir pushen jetzt hier zusammen. Wir müssen nicht aufhalten. Hahaha, Schatz. Ne, nicht Schatz. Also, es war ja. Ist ja wirklich so. Wir pushen jetzt hier, oder? Du stehst beim Farm. Beides. Oh, hallo. Ah, helfe ich dir jetzt nicht, ne? Das wird erst einmal, weil der kommt noch nix. Alter. Dieser Flash. Dieser Flash. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Warum immer ich? Oh, oh! Was soll denn die Scheiße? Warum? Warum auf mich? Leon. Mann, ist das Scheiße. Ich heul gleich. Darf ich mal heulen? Eine Runde heulen, bitte? Ja, ja. Heulen mal. Hör mal die Krake. Ich trau mich nicht. Er hat voll wie Krake, ne? Was? Warum, es gibt nur noch 800 Leben? Willst du mich verarschen? Beide. Wenn du das Leben hast, muss ich mit dir zack. Jetzt komm raus. Ne, war gefüssig. Na, für mich auch. Kann man machen, kann man sagen... Äh, kann man aber machen. Da komm, es sind diese lilanen Kugeln auf der Map. Ja, ne, tu ich nicht. Die ganzen Eingängen. Simmt. Wo ich mich hintilip, oder hin ulten kann. Stimmt, aber die sind irgendwie nur auf der linken Seite. Ja, weil ich irgendwie selten unten bin. Wenn wir mal Tab drücken, wir einfach 3, wenn ich 3 spawn-timing muss. Dreimal wissen wir nicht. Der macht ja mein Jungle da, der... Ja, du hast auch meine Form gemacht. Holy Creeps. Kann jetzt der von hinten kommen? Das mag ich nämlich. Wenn ich nicht. Ich denke, ja... Harrrr. Gawt, ich kann irgendwie einen Muflein Speedboost bekommen. Keine Ahnung warum. Wollen wir mal kommen? Wir kommen als vor hinten. Hier. Ja, aber das ist doch gay. Ja, was? Na gut, ich komme. Ich komme. Ich komme auf, von der Seite. Auf den Heimer. Jetzt auf den Splunk. Ja, ja. Ja, ja. 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 Daraus habe ich fast bekommen. Nein. Irgendjemand töte mich immer, ey. Immer nicht einer zu einer so viel von den Gegnern. Das ist so gut. Was? Warum schenkt der der Kammer den Kill einfach, ey? Ich glaube das war meiner. Unfair, Leon. Ich habe auch glaube ich die falsche Verzauberung für den gekauft, weil der ist glaube ich eher so der Gang-Typ. Verzauberung? Was? Ja, die Jungle-Item-Verzauberung. Verzauberung ist eher eine Erweiterung. Ja. Das ist gleiche, ey. Na ja. Jetzt ist hier oben alles weg, wo ich mich einmal hinulten hätte können, aber nein. Wie hinulten? Wie ist denn ein Ulti? Da habe ich doch vor uns erklärt, da könnte ich mich zu jedem beliebigen Tunneleingang hinbraschen. So übelst schnell durch alle wie durch über die ganze Map global. Und es ignoriert alles, alles, alles gewächst. So schnell wie Sion oder noch schneller, oder? Äh. Inner, sagen, egal wie weit weg ist, es ist immer gleich lange dauert die... Das ist Schacko. Ja, ich hab den Kill! Oh mein Gott. Leine, nein, nein, nicht sterben! Nein, 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 nicht sterben. Nein, 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 nein! Das ist gar kein Kill. Das... Äh, den... Ich... Ich... Ich wurde nicht gekillt, aber ich sag. Was ist da los? Was hab ich denn echt... Oh nein, ich stell mich nicht verräumt auf, oder? Ich helf dir aber nicht. Ich smite den tötig. Sehr, sehr, sehr nett. Da ran du ihm's ummähen. Esrael. Ja, renn dem doch hinterher. Ich hab in dem Moment... Ich komm jetzt KDU, ich hab Bock drauf. Da voll scheiße auf Ringer, das weiß ich auch immer. Eigentlich müsste man jetzt ein bisschen tanky gehen. Vielleicht ist es doch ne... Irgendwie verschwundene Esrael. Sehr seltsam. Oh, das wird die Krabbe. Das ist echt... Jetzt nicht schlussisch. Was? Alter, aber die Edelpunkte doch immer da. F zu. Nooo. Alter, es ist so kackener. Ich mein, gut, mein... Es war einfach greedy, aber trotzdem. Es ist einfach immer... Ich hab auch nicht mehr diese Mapübersicht, auch von damals, als ich früher hatte. Sehr ärgert mich. Ich will nicht mehr Lois spielen jetzt. Nee, ich spiel über Counter-Strike. Macht mir mehr Fun. Macht mir mehr. Pass. Das... Ette Moment. Ne? Katz ist natürlich später Ende. ATM. Wenn dann. Wie gesagt. Ich hab ATM verstanden. Ja, ATM ist er gleich. ATM. ATM verstanden. Genau, ATM. Das Build Random Items. Yes. Uff. Was da genau sind, obwohl bisher so meine Items so nicht schlicht. Ah, und zumindest hier mal hat's auch vorgegeben. Echt? Ja. Das ist aber so. Der ordentlichen Damage Output dieser Champion, ne? Der Klinge hat auch so etwas vorbearing, minimale Nick. Der Klinge hat aber gar nichtEN, das kann sein... Das kann uns auch von der Skl ушche nur irgendwie nicht ergeben. Das, was da oder apa..... Das kann ich hab. Also hab die ganze Zeit schon vergessen, dann der Slinge hat schon so die komische, hättelche Klinge hat, einsetzen kann was wie konnte er mich ich wie konnte mich noch kühle ich hab doch schon tausend schaden durch den scheiß turm gekriegt als er macht ihm der heimarschling tot war alter 8000 1800 schaden hat er mir gemacht 1800 es gibt negatron clock wieder den gab es auch eine ganze weiter hätte er doch das nicht haben die heraus gemacht jetzt nicht mehr jetzt gibt es wieder meine ich jetzt gibt es wieder so schön die 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 nicht mit mir die 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 Ahnung, ja! Augen vom Buch Ich hab einfach, dadurch, dass ich so viel AOE gemacht hab, hab ich sie umgebracht. War lustig. Ah, da hast du ja gesehen, wie die explodet ist. Ah, da hast du ja gesehen, wie die Invisible war. Ja. Ich bin ja late. Gott, SRL. Erstmal den mit ein bisschen heal holen. Ach, Mutter Ringer macht sein erstes Spiel jetzt Spaß im Late Game. Ups, ich hab underestimated, dass der mit einer Q600 Schaden macht, irgendwie. Ups. Ist auch 0 Rüstung. Ja, 100 ist jetzt nicht 0. Woher hast du nur 100 Rüstung? Keine Ahnung, Runen würde ich sagen? Ja. Ich hab 23 Runen. Wo, wo sieht man das? Oder hast du es einfach... Wusstest du jetzt einfach, oder kann man das innen geben nachgucken? Warum, du kannst es auch, wenn du unten über den Wert gehst, siehst du ja, wie viel der Standard der Maut ist und wie viel du durch Items und Runen dazu hast. Und ich hab keine Rüstungs-Items. Ich hab 81. Okay. Und da, da stehe ich, ich wusste ganz, was nicht. Du hast ja übers die Tankruhe und dann mit, oh the fuck. Wenn wir mal eine AD-Run haben. Ja. Ich glaub ich 14 AD oder so. Und... 23. Und Magie, das hier oder so. Ja, dann ist aber per Level. Malteisch. Ja. Ja, und dann ist per Level. Diffel gibt's ja gar nicht. Ja, kann sein. Wie denn sonst nicht. Kann nicht gut sein. Kann durchaus sein. Durchrauch. Ich weiß nicht, was besser ist. Ähm. AP-Resist-Bilden oder Rüstung. Irgendwie, SRL macht geschaden, Heimat-Dinger und Kur macht auch geschaden. Boah, der kostet jetzt 200 DM. Der winzige Motivresistenz-Buhl. Der ist super. Super. Oder der Tom, der macht da den Split-Push. Oder lässt er einfach nur die Base fallen. Wer weiß. Jol, warum hat er noch... Das ist mein Prophet. Scheiße. So wird Darius einfach nur blicken. Aber nie ein Wohl lassen hier oben. Okay, ich tu jetzt nicht nochmal den Fehler machen. In einen SRL-Rail und in ein paar Heimat-Dinger-Tower auf einem zu Ding gehen. Die wandelten einen irgendwie so gefühlt. Instant. Ja, die wandelten einen instant. Ja. Genau. Ich bin einfach weggekommen. Einfach gut. Einfach gut. Oh, du überhaupt ist vielleicht ab. Ja. Einfach. Ja. Wie viele Drakes haben die eigentlich schon. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist viel zu viel. Aber wir haben noch gar keinen, oder? Naja, glaub nicht. Noch einen. Cool, einen. Hat doch einen an der Welt einlastiert. Die machen den grad bestimmt. Und. Weil das ist ja irgendwie weit, wenn er da ist. Oh, hat er da, oder? Da ist ein S. S. Der Middlet ist schon echt, manchmal echt. Hier ist, glaub ich, ein S. Fehler. Warte, ich geh mal mit meinem Unsichtbarkeits-Fußstapf-Detektor hier rein. Naja. Du musst da, oder da? Ach ne, jetzt ist die Krabbe. Wir gehen den Chaco holen. Ja, warte. Alleine. Ja, ja. Komm mit. Wir gehen den Chaco holen. Alleine. Ja, ja, ich komm mit. Hallo. Boah, boah, boah. Zu zweit safer. Ja, sonst wäre er aber weggeraucht. Aber, hey, aber ich hätte ihn allein locker one-hit gewonnen. Ja, ich auch. Aber zu zweit ist... Ja, der hat sich halt vorgesehen dann. Na so. Ja. Ich hätte ihn einfach schneller gekriegt, sodass er nicht mehr... Ich hätte ihn gestunt hier. Geh mal wieder face dafür. ...gerootet oder was auch immer das ist. Ja. Ja, ja. Was auch immer du sagst. Wird schon stimmen. Loll, der Heimat Tower macht da die Base von... ...den Indem von uns. What the fuck. Warte, komm dich unterstützen. Nee, bitte nicht. Nieau. So. Ey, dann hättest du lieber hier den gemacht. Ja. Der ist aber kein Tower, du... Aber, äh, kein Tunnel von mir, du. Da muss man auf die rechte Seite gehen. Auf die rechte Seite. Niemals. Wolle da rösten. Ja, ja. Wohl, nee. So. Warum? 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 Weil kein Gegner auf der Karte zu sehen ist vielleicht. Und? Wie taus... Warum macht der tausend absoluten? Das ist so traurig. Ich denk immer, jetzt werde ich mich werben. Noch eine Sekunde. Und dann macht der... Es fickt dich, alter! Was soll die Scheiße? Es kann nicht sein, wie lange er überlebt hat. Das ist so un... Oh, der Schako, alter. Der hat noch... 100 AP. Der Darius macht echt viel Schako. Ja, ich hab doch gesagt, das ist eine scheiß Idee. Warum hast du... Warum wären wir dafür gekommen? Na und? Es war aber nicht Wurf. Ja, doch. Wir haben alle Gegner da hochgezogen, jetzt ist unsere Base wieder ein bisschen gedepft. Naja. War schon gut. Leute, meine Ulti ist schon wieder ready. Jetzt hat die einfach nur noch 60 Sekunden. Ja, what the fuck. Vorher hatte die so 150 am Anfang. Ah, das weiß ich auch nicht. Für Darius könnte ich noch eine Schuharbeiterun kaufen. Das ist jetzt mal weiß, wenn man... äh, wenn man... also verbunden durch die Gegend läuft, wenn Leute kommen. Warum? Na, weil man die hier sieht. Ja, weil man die hier sieht. Wie, ich dachte, man hat eine geringere Sichtweite. Ja, aber man sieht ja die Fußstapsen. Ja, wie wenn man die hier sehen, ich meine, die sind dann noch gar nicht angegangen, oder? Hä? Ey, man sieht nicht die Fußstapsen. Man sieht immer, wenn die laufen, sieht man so in diesem Kreis von mir halt... Ach so, ich dachte... Ach so, immer wenn die laufen, ich dachte, die die hinterlassen haben. Nein. Ich dachte, ich hab schon übers gefehlt, Alter. Ich hab übers daneben geklickt. Da fuck. Ich geh mal baron. Ich geh mal baron. Was machen? Oh, haben sie schon. Was machen sie, ey? Wir sollten mal ein paar... ein paar Minutes back gehen. Soll die haben baron? Ja. Was denkst du, haben die gerade gemacht? Wenn ja noch Heimathauer stehen. Oh, der kommt rein. Alter... Dieser Heimathauer... Also, die Heimathauer sind einfach so krass, wenn die einfach so Niners anmachen. So krass... Also, du musst kommen. Oh, mein weh. Was? Ey, dass ich mich doch hier hinstelle... Ich bin so dumm. es schafft es auch so scheiße nach kreiserspann schon nehmt ich auch obwohl er weiß nicht die gekriegt hätte alles mit spannen aber alter ist auch aber so was denke ich aber nicht so dass es sich nicht auf die lehnen dann dann kommt halt die S-Win-Ulti, dem ich ganz kurz, ich hoffe, das war vielleicht null Kauflüsse, die Kunden bricht mich einfach ab. Ja, ja, auf jeden Fall meine Freunde. War das eine neue Kamera, der ist richtig stark, sag ich euch. Wie hatte ich jetzt eigentlich am Ende? Ich hatte doch eigentlich noch eine 813 GTA. Ist schon in Ordnung. Geht grad so in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Höre Sie.